Der Innovation Hub für uns ist wirklich der Weg zu zeigen, was eine globale Offer von Schneider ist, zusammen mit einigen Kunden-Testimony, zusammen mit allen Produkten, die die EcoStretcher haben. Das ist der erste Innovation Hub, den wir in der Dachzone haben. Wir haben bis jetzt keinen, den man so offiziell benennen kann. Und es ist wirklich immer ein sehr freudiges Erlebnis, wenn man Kunden in einen Innovation Hub bringt. So, we declare officially this Innovation Hub open. Deutschland hat einen sehr hohen Stellenwert für den Maschinenbau. Hier werden die Maschinen für die Welt produziert. Und aus diesem Grund haben wir zwei Standorte in Deutschland. Einmal die Marktheilenfeld, die komplette Lösung für die Automisierungstechnik entwickelt wird. Und hier der Standort für die Motoren. Warum bin ich auch so stolz, heute hier zu sein? Und warum geht mir das auch sehr nah? Ich habe vor über 21 Jahren meinen Berufsweg in der Industrie begonnen mit Motoren. Ich habe in einem Motorenwerk begonnen. Der Innovation Hub bietet unseren Kunden die Möglichkeit, Schneider Electric mit unserer EcoStruxure-Story ganzheitlich zu verstehen. Und egal, was für ein Kunde hierher kommt, ob es jetzt ein Industriekunde ist oder ein Datacenter-Kunde. Nachdem er hier rausgeht, hat er verstanden, was Schneider ihm bieten kann. Und im Idealfall hat er dann auch schon die erste Idee, wo er eventuell mit Schneider Electric zusammenarbeiten kann. Und aus dem charten man die nächste highs zum filmen. Aufjekte ist das erste Idee, wo er auf BU nag in。 Vu ein wenig bezogen? Und darunter�ن kann bei Grauen sein, wo er direkt zur Sache offenziert sein. Untertitelung des ZDF, 2020